Jetzt kommt was ganz, ganz Tolles. Ich finde, dass sich das ganz wahnsinnig international anhört. Sie haben in diesem Jahr norddeutsch, da sind sie nämlich herbescheiden, ihr zehntes Bandjubiläum gefeiert. Und wenn man bedenkt, dass Til Schweiger ihre Songs für seine Blockbuster verwendet, ihre Alben Gold und Platin-Status erlang und sie mit Pink und Aha auf Tour waren, dann können die Jungs von der Insel Föhr wirklich mächtig stolz auf sich sein. Bei uns zünden sie jetzt, naja, ein Feuerwerk, Feuerwerkskörper. Der Titel heißt Fireworks. Hier sind Stand vor Hintertürchen Nummer 19. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, my God, we're spinning. I fall right into you. Take me to the limits where the sun can't get to you. There's a feeling, something about you. It's like fireworks when I look in your eyes. You just need something, a little something. And those fireworks will turn into a fire. But I just can't get enough. Can't get enough. Can't get enough. Just can't get enough. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020